Ja, heile, ich werde aber... Du hast ja wieder einfach eingeladen. Fühls betreffend. Will die Antwort machen? Hallo Leute, willkommen zu Massenreak. Lukas! Ich kann nicht sein... Ich habe noch drei Äpfel. Wo bist du? Hi, willkommen zu Massenreak. Achso, ja, Trudo ist ja gelieft. Ähm, minus 270 und minus 550 da vorne ist unterschiedlich. Äh, hast du noch Gold? Ja. Aber ich habe mich durchgebraten, ne? Ja, okay. Ist hier diesmal 30 Minuten? Frag mal. Ich habe noch alles anders, aber ich habe heute nicht alles durchgebraten. Ja, ja, hier. Mach mal Slash VT. Es ist 30 Minuten, ja. Äh, dem geht das nicht. Achso, okay. Ist hier diesmal 30 Minuten, wisst ihr das? Wie viel Geld hast du jetzt? Acht. Ich habe zehn. Ja, scheiß drauf. Digger, ich kann einfach nicht mehr auf Q droppen, aber es ist gut. Dann tolle ich mein Schwer vielleicht nicht. Ähm. Er füllt auch noch zwei Öfen. Ich... Weiß nicht, warum wir jetzt erstmal fertig? Ich glaube, wenn die 15 Minuten... Äh, warum? Ich würde sagen, wir laufen durch die Wälder durch ein Parkverknall auf irgendeine Weifelzahn. Und die gerade erst hochgekommen sind oder so. Ja, ja, dann hätte ich aber gesagt, dann schüren wir erstmal ein bisschen. Und fahren. Ja, aber wir sind hier halt näher Spawn, ne? Es kann halt sein, dass wir hier an stacken Teams hier eine ganz große Runde sehen können. Es kommt halt doof ran, was für Dinger hier, wie... 15 Minuten, ihr müsst eigentlich jetzt schon ein bisschen trappeln. Wie, nur 15? Es wird nur 15 Minuten wieder. Uff, hast du sehen, mein Watergeflaster ist noch viel Gold. Neuen Gaps reichen euch eigentlich halt, sag ich. Weil ihr halt eh vorher sterben wollt. Ja, eben. Aber was halt nicht chackbar ist. Aber das ist halt nicht chackbar so. Vielleicht trappt auch was. Es sind nicht mal half, schreibt Ducky, fährt. Befragt nach Tobi2. Schreibt dir mal. Lass erstmal rumlaufen einfach. Ja, wirklich auch. Ja, ja, teamt mal gegen mich. Mach' wir. Kannst du was stacken noch so? Was denn? Genau. Ich kann alle, ich hab einen guten Impfplatz, ja. Ja, wie verfall' das du endlich? Was? Wie verfall' das du? 32. Ja, dann werde ich jetzt einfach mal ein bisschen Stuff wägt. Ja, dann lass' es weiterlaufen jetzt, ne? Warte mal, nimm du mal Strings noch. Und Kohle und alles. Ja. Na gut, die wir brauchen wir nicht. Ja, vielleicht nicht da langlaufen, wo auch die ganzen Leute sind. Da ist ein Ofen. Achso, da geht's um Spawn? Ja, das ist da. Egal, wer da ein Ofen ist. Wenn der Ofen ist, dann war Felix. Doch, das geht da rum. Ja, aber Felix ist ja noch ein Freund. Dann lass' hier hin. Los, sei was 7 kills. Ja, das ist doch krass. Oh, weil wir gucken, bringt jetzt grad nichts, ne? Warum? Ah, schon. Ja, das ist ziemlich groß hier alles. Pepper, ade. Ja, ich hätte ihn doch einfach nach Tui-Tui frei. Ja, müsst euch halt ein bisschen beeilen, sag ich. Du hast ne freie Fläche, lass mal da rausgehen. Okay, doch, okay. Also, da war nicht zu komplett weit von vorne. Das ist ja jetzt hier, ist halt auch nirgendwo was abgefarmt, also wird ja auch kein Eifel farmen. Ja, da vorne vielleicht. Ja, ja, mal schauen. Das Sumpf wird da rein, wenn wir rein schauen. Oh, da kommt für real Eifel farmen. Ja, der ist aber nirgendwo was abgefarmt, also... Ja, der ist ja rot. Mit der aber immer mal da lang laufen, ne? Ja, der sowieso wird's kacke. Kann ich erst dafür? Manuri 20! Er lebt. Alter, lebt dieser... Ja, ist der der nochmal? Über dem wir uns so was nicht gemacht haben. Ja. Lebt der uns noch? Also, lebt der noch? Er ist nicht auf dem Server, ich weiß es nicht. Carlobert? Nee, er ist tot. Er muss gewinnen, eigentlich. Ich sag Carlobert muss gewinnen, ja. Ich schau, dass er ein Kill locker will, ja. Alter, mein Rack ist sogar an. Carlobert. Achso, ja gut, das sind eh nur Blöcke, ja. Carlobert ist nicht tot. Ich glaub, hier können wir zurücklaufen. Carlobert lebt auf jeden Fall noch. Ja, ich glaub, hier ist halt gar nichts mehr. Also, ich sag halt, ihr müsst halt eigentlich verändern. Also, ne? Ja, was wollen wir sonst machen? Sonst kommt der Time-Rest. Ja, ich weiß nicht wen. Ja, eben. Deswegen will ich halt nicht so weit fixen und spawnen. Ja, pokert jemand. Ja, war klar, Digger. Ja, die sind full, die. Ja, warum geht aber jemand spawnen, bitte? Sind die alle dumm? Ja. Hä? Half-Inmager versteht's auch nicht. Wieso, zum Fake schreibt er. Nein, ich hoffe, zu schreiben, die Beteiligung er ist. Ja, das sag ich immer. Lass mal hier durch den Wald wieder durchlaufen. Guter Call von Free, sag ich. Gleich wird der Backseat im Wald tot. Ich find lustig. Ja. Eww, funny, ja, ja. Wir können auch übel früh gappen, ne? Im Übelfeeling. Könnt ihr auch. Ey, ich könnte übrigens übel früh hühlen. Übelfeeling. Ich könnte früh hühlen, Jungs. Ja, ja. Ihr habt doch übel viel hühling. Ja, jetzt halt die Fresse. Okay. Danke. Hier ist aber auch niemand. Er ist. Sag alle auf der anderen Seite vom Spawnen. Ja, ja, komplett. Weil der müsst ja, oder läuft halt so, dass ihr am Spawnen herumläuft. Ja, ich bin komplett dabei, ja. Ja, meine ich ja. Du bist tot. Wer? Nix. Ja, scheiß was. Sorry. Da bin ich auch lang gelaufen mit Fischi. Cool. Ja. Stark, oder? Werde ich jetzt nicht drauf antworten, tatsächlich. Da. Ne, da werden die Blöcke geblöht. Das waren wir nicht. Doch, das war ihr. Da sind die Bögen. Au. Ne, das ist die Team Chess. Ich weiß, das ist ja die von... Felix. Ne. Die war da vorne, bist du, oder? Ne, ne. Teamfest von... Oba. Was? Das war die nicht. Ja, der da vorne ist die von Felix. Ich weiß nicht, ob wir da hinwollen. Ja. Lass einfach drum rum gehen. Und aber hat 10-0... Ja, das haben die gewonnen. Ja, das haben die halt gewonnen. Ja. Und wir sind halt. Oder war der Team mit dem einen vielleicht? Es hat Felix geschrieben, hey. Hey. Hier hat fast shit garne. Ich check's nicht. Er wollte burnen, der Loser. Mit zwei O, der Loser. Ja, check auf irgendwie ein bisschen. Nein, nein. Der Ding ist ja die rechte Refläche. Und alle erst, glaube ich. Jetzt. Ich kann mich ja trotzdem checkern. Okay. Da ist halt ultra die Chests jetzt von der... Wieso fighten denn die alle Gegend? Aber... Check ich nicht. Baumstämme. Ah, hier ist übel Ding. Äpfel gefarmt halt, oder so? Ich sag, sind die Hände gerannt irgendwo. Ich sag, ich wäre jetzt an dem Punkt, dass wir einfach mal zu Felix warten. Laufst ihr da zum oder weg vom Spawn? Wir laufen gerade relativ. Weg. Ah, perfekt. So richtig stark. Dann wäre an dem Punkt, dass wir einfach mal zu Felix schauen. Da vorne. Ein Viertel Birdie. Ja. Nein, Birdie. Malten. Nein, man checkt's gar nicht. Malten checkt's gar... Oh Gott, Malten checkt's gar nicht. Links ist der Main, links ist der Main. Mist auch was, ne? Ihr werdet... Ja, ihr werdet backstapt. Hab ihn. Ja, hit euch, hit euch, hit euch, hit euch. 20 Gaps, 20 Gaps. Was? Oh, Welt. Cool auch. Lootet. Ich hab ne Chess, ich hab ne Chess. Ja, okay, dann lootet nicht. Guck, der ist noch nicht zum... Er soll nicht zum Spawn laufen. Wie ein Ding hätte, der Fulldien, drei Viertel, aber ohne Chess ist halt Arsch. Hint gegeben, er hat nicht gegappt. Ich hab doch ne Chess. Aber hat Leute ne Chess? Ja. Ja. Achso. Und wenn ich ihn bekomme, dann bin ich auch drei Viertel. Wegen den Schuhen. Achso, ich dachte... Nein, 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 ich bekomme den. Außer er läuft jetzt Spawn. Bro, bitte Dave, lauf nicht Spawn, Digga. Er läuft doch jetzt... Ja, er läuft halt straight up zum Spawn. Das ist Dave, was erwartest du? Also er ist... Soll ich jetzt tönen? Ja, mach. Das ist ja ein bisschen Waste, aber ja. Lieber Kacke. Nee, er läuft weg, er läuft weg, er läuft weg. Ja gut. Er hat's halt nicht gecheckt. Im Wald wird er jeder einholen, wenn ihr nicht ganz Kacke seid. Muss er aber gleich footen. Pass auf, wenn er dich turnt, ne? Ja. Er muss 40 footen, oder nicht? Ich hab ne Chess. Ö. Pass auf. Du hast ihn ja... Ja, ich hab 30 Gaps, 30 Gaps, ich hab 30 Gaps. Alter. Nichts abgeben, einfach behalten. Ey, ich hab noch ein Stack Gold. Oh mein Gott. Ich hab die Albenarmer, die bra... Also Brompt die Albenarmer jetzt. 49 sogar, okay, nochmal. Wie geil. Die Albenboots brauchst du nicht. Albenboots brauchst du nicht. Ich hab die Albenarmer, so die du brauchst. Ich hab die Albenarmer, so die du brauchst. Ich hab die Albenarmer, so die du brauchst. Ja, okay. Was können wir schaffen? Melanzeeds hatten die. Der Läuser hat 1,5,6 Gold. Der Läuser hat 1,5,6 Gold. Ach, Digga, ich hab die einfach schon wieder weg. Brompt vier Diaboots. Digga, was? Was ist auf der Chest von dir? Schau mal, was auf der Chest ist. Ähm, P3. Ja, ist gut. Ich bin auf P3, ne? Ich bin auf P3. Ja, wir sind auf P4. Digga, mach mal deine Gaps, bitte. Nicht aufteilen, wirklich. Warte mal, ich muss erstmal hier schauen. Hier liegt doch noch safe irgendwie. Nein, 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 passt. Ja, ja, das war jetzt der Scheiße rausgehen. Oder... Ich hab auch noch 1 Stack und... 29 Ding. Ja, dann nimmst du einfach Leder nochmal mit oder so. Hä, wie gut? Wie gut, was? Du brauchst, du brauchst keine Dreisatzschlag. 29 Leder, ja, drop mal deine Gaps. Ja, ja. Hier, du hast 20, ich 19. Digga, was? Boah, jetzt habt ihr halt richtig... Der ist halt bei guten Stoff. Der ist hier von Alligates, gell? Hä? Warum war die so stacked? Also so anders stacked, aber irgendwie doch so stacked. Hä? Lass mal versuchen zu Birdy, die zurückzugehen. Prod 4. Hätten die, die die nicht backstabten, hätten die euch echt schon bekommen können. Und er stirbt mit dem Passant. Nein, das... Digga, du bist einfach full, die jetzt. Das ist krass. Ja. Hat er noch dir so... Was hast du... Habt ihr noch mal ein Sharp 3 jetzt? Noch mal ein anderes? Ich hab noch... Ich hab ein Sharp 3 bekommen. Ich bin fast. Ich bin fast. Ich bin fast. Ich hab Sharp 4 Album nochmal. Ey, gut. Dann müssen wir Sharp 5 machen. Ja, Leute, du kannst ja auch Sharp 5 machen mit Büchern. Aber ich weiß nicht, ob wie viel... Aber ich hab noch zu power. Aber da gehen wir jetzt aber nicht, ne? Ne, ne. Nach der Maschine weg. Hä? Wie gut. Nein, du... Nächste Folge, du bist ja. Endlich, ja, nächster Folge. Ja, das sind wahrscheinlich das dritteste, Tim. Obwohl alle gar nicht geil bis auf Progres gemacht haben. Also das zweiteste Mal. Ich sag, Tabber und so sind immer noch beide full deal, glaube ich. Ja, jetzt sind die beide full deal. Ja. Wo war denn der? War der hier unten drin? Wollt ihr Zed Felix verhalten? Obwohl, ja, ihr könnt die easy gehen. Dann seid ihr euch weiter full deal. Ich fuhle die. Aber Zed Felix und so haben alle keine Hose, ne? Ja, egal. Spare. Ja, weil die wollte dir das full deal geben und es wäre halt arsch. Nicht Spare, P3. Wo war denn der? Weißt du das? Felix hat eine P3-Chess, das weiß ich. Digga. Rot. Ja, die sind spawned. Ich könnt die halt mit Zed Felix umschossen. Hast du das nicht fertig gelootet? Nein. Der hat selber noch Gold gerbt. Da hinten ist noch jemand! Da ist jemand, ehrlich. Ja? Boah, schau, schau. Lauf über die Bäume. Er läuft. Da. Ah, ohne Chest, ohne Chest. Das nutzt. Ah, nee, lass ihn nicht killen, oder? Er ist jetzt halt nie da hinter ihm, ne? Digga, nein, das will ich nicht. Ja, lass ihn doch. Oh, pass auf. Geh weg, geh mir ehrlich weg. Ja, ja. Wollen wir ihn lassen? Oh, wohl. Nein, lass ihn einfach, Digga. Scheiße. Er bringt uns nicht. Er bringt das wirklich nichts. Das würde hier einfach looten. Hallo, habt ihr Kill gemacht? Ja, ja, wir haben der Birdie und sein Mac gekillt. Ich habe hier vier Schuhe. Ja, Digga, die haben jetzt beide 20 Gaps. Also, 20 und... Nein, das ist tot. Ich sag, Leute, ich habe ihn wieder, Alter. Es sind fünfmal. Er schreibt, pass auf, hier war ein Tabber, ne? Schreibt, Lutz. Oh, ja, lass mal weggehen. Digga, ihr seid übel stacked, aber... Ja, deswegen hat sich auch so umgeschaut. Deswegen hat sich auch in die Richtung so umgeschaut. Ja, aber wir können safe auch. Nö, despawned, nice. Geil. Sag mal vor meinen Augen, despawned. Ich glaube, ich habe da was gesehen. Ja, komm mal einfach. Dann geh hin. Digga, ihr seid früh. Da ist Tabber. Ja, aber es ist so viel Stack da. Normal. Ich sag ja, ich komme entlockt. Ne. Wie gut. Die Massenbekämpfung ist gerade ultra gecarried. Wir haben 20 und 19 Gaps, Tim. Schreibt, ihr seid ihr fast Topkiller gekillt? Fragezeichen. Ne, Digga. Ich habe Topkiller einen Hint gegeben. Ne, ich glaube, er hätte mir den Hint gegeben. Dann hast du erst mal vier Herz und Feichel anbekommen. Mit vier Schuhen. Ist egal. Ja. Ja, schreibt, ja. Instant, weil ich möchte halt eigentlich zum Bayer spielen. Ja, natürlich, instant. Jetzt sonst. Ja, macht. Ja, natürlich direkt Läuse. Ja. Was ist die Frage, was wir jetzt machen? Nein, never können wir wahrscheinlich. Ja, wir können noch weiter Äpfel fahren. Nein, ihr müsst euch fighten. Ihr braucht eine Hose. Wir brauchen genug Keeling. Ihr müsst fighten, Alter. Ja, dann können wir auch einfach... Wir sind noch genug Läuse. Ja, ja. Ein Top. Ich sage, der Kerl Tabor hat zwei Pieces B4, so ein Sech. Wir sind aber selbst nicht bei der Fuldi. Doch. Ja, wir können noch mal zu Zerfähig sein, jetzt schon. Komm, komm, wir zu Zerfähig sein. Tabor und so haben noch mal Kills gemacht, äh, Tim. Ich sage, wir können Zerfähig nochmal holen. Also, ich sage, wir können wirklich Zerfähig schreiben. Äh, tschüss. Ja, Mai.